und Jetzt kein und ja DÜ 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 Mal schauen ob ich in dieser Folge auch wieder sterbe Wenn ja, dann Den zerlierst du das Spiel. Erster, 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 erster. Klappe. Erster. Schnauze. So, ich nehme jetzt Telefon. Ja. Was ist denn eigentlich für ein Haus? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ähm, irgendein Street-Haus gar nicht. Dreckiges Wasser, räuchern, Thermometer, alleine. Okay, ich habe Sprachbox und Videokamera, wie immer halt Standard. Äh, wo? Foto, Thermometer. Äh, EMF und Buche. Buche nehme ich immer mit. Dreckiges Wasser kann am Schränkwerth. Ja. Ähm, muss nicht sein. Bei der ersten Runde zum Off-Wärm, wo ich nicht aufgenommen habe, ging es auch hochzuck mit dem Wasser. Ja. Ja, aber man muss bei Wasserflück haben, dass es mehr Nähe ist. Äh, eigentlich, du musst abbiegen. Genau. Ich gehe hoch. Bist du hier? Hier oben im Flur liegt der Knochen. Hier oben im Flur liegt der Knochen. Bist du da? Cool. Bist du hier auf dem Klo? Ach, und ich meinte das auch hier mit dem Darm, ja. Ja, ich bin gut zu, wenn ich jetzt auch zu meins war. Bist du da? Bist du hier auf dem Klo? Bist du da? Ja. Bist du hier auf dem Klo? Bist du hier? Hier. Hier oben. Hier oben. Wasser ist auch an. Direkt im Bad, wo das Zimmer ist. Zwei. Also oben im Zimmer ist, äh, hat er geantwortet. Kamera habe ich aufgebaut. Und da ist auch das Bad mit dem Dreck schon Wasser. Ähm. Ein Grad. Könnt ihr mal bitte Licht in dem Zimmer ausmachen? Okay, die Kamera muss umpositioniert werden. Ich sehe gar nichts. Ich habe entweder blau oder weißen Bildschirm. Minus. Dreier ausstack und minus ein Grad. So. Die Kamera oben mal bitte umplatzieren. Äh, irgendwelche Wünsche? Ist egal wohin. Und hauptsache man sieht, ob man überhaupt da ist oder nicht. Ich sehe gar nicht. Das ist sehr aktiv. Radio und Telefon zugleich. Das Radio war ich. Das Radio war ich aus Versehen. Der hat gerade eine Tasse umgeschmissen. Das habe ich gesehen. Ne, Laptop. Ne, die Tasse. Äh, Buch und wir haben einen Poltergeist wahrscheinlich. Oder dann haben wir alles, wenn im Buch was steht. Geisterbox, Gefühltemperaturen, Geisterbuch. Ist ein Dämon. Ah, okay. Ja. Okay, aber von der Menge an Sachen, die er rumkriegt, könnte es auch ein Poltergeist sein. Ich gehe mal ausräuchern da oben. Oh. 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 Hahahaha. Huuu. 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 Ja. Aber sowas von... Uuuuh. Wuuu. Wuuu. Hey, bist du tot? Ja, ist ab. Ich habe den, ja äh, ist tot. Wow, was ein Arschgeist. Und wie weit ist er gekommen? Was für Arschgeist! Ich haufeu nochmal wegen Gassinity. Oder willst du einfach so hoch? Einfach so schnell hoch, einmal räuchern und dann raus. Ja! Ja gut, zählte TG bei uns beiden noch. 50 und 40. Nein, wir haben schon alles. Alles erledigt. Ich hab ja gerade die letzte Aufgabe gemacht mit dem Räuchern. Ah ok. Lass mich noch raus, lass mich noch raus, lass mich noch raus. Ich hab Feuer. Ah ja. Wollen wir oder wollen wir nicht? Hast du einen Daemon eingetragen? Hast du eingetragen? Ja, aber guck mal wie schnell ich das Licht anders ausmachen kann. Ah du Clicker. So ein Arschlochgeist. Stehen's dann hier das Spiel wieder. Hey. Ich hab mich nur umgedreht und hab die Tür noch gehört. Oh ne. Okay. Ich hör's. Also ich. Ich. Merke ok. Ich hör dich. Ike sagen, dass du reingehen möchtest um Dings zu machen. Mhm. Äh. Geh in den Raum rein. Also in den Truck rein und das nächste was ich bekomme. Oh. Er hunted. Und mein erster Glank ist. Hoffentlich ist Ike noch nicht drin. Hoffentlich ist Ike noch nicht drin. Ich war leider schon drin. Aber der hat nicht lange gebraucht bis er unten war. Ne. Da ging ruckzuck. Äh. Naja. Passiert. Das muss ich noch kaufen. Äh. Davon hab ich immer zwei. Ja vor allem das war mal ne schnelle Folge. Mhm. Nicht mal zehn Minuten? Ne. Sieben Minuten noch was. Ich bin grad bei Aufnahme 8 Minuten 15. Ja. Ähm. Ansonsten so hinzufügen. Foto-Operat. Salz. Bewegungssensor. Ist das letzte Mal dass ich den Kurve. Der ist echt schweineteuer. Stark. Äh. Nimm ihn raus. Nimm ihn raus. Okay. Ähm. So. Salz. Wie viel Videokameras haben wir? Äh. Füge ich hinzu. Videokamera füge ich hinzu. Einer von euch macht halt immer ab sofort Thermometer. Ich mach Videokamera. Ich hab immer die Videokamera. Ich hab immer Thermometer. Okay. Ich mach die Videokamera. Ike macht wahrscheinlich die zweite Fotokamera. Die ist schon drinnen, oder? Ja. Dann machst du Ike die zweite Fotokamera. Äh. Ich mach die zweite Videokamera. Und äh. Und äh. Da kommt die zweite Nummer. Äh. Äh. Das äh. Thermometer. Ja. Ich wär auch schon ready. Hab mein Cheat-Sheet schon wieder äh. Gecleart. Jo. Ich muss ganz kurz die Aufnahmen hier wenden. Die lief die ganze Zeit.